Hallo und willkommen zurück zu 7 days to die. Uns ist gerade die Nacht angebrochen. Wir sind wieder hier mit dem Wayonaise. Hallöchen. Wir hoffen, dass wir diese Nacht jetzt überleben. Allerdings, ich hatte ja in der letzten Folge mein komplettes Equip verloren. Oh fuck, hier unten ist noch ein Loch. Hier unten ist noch ein Loch. Ich muss ein paar Rundenframs bauen und ich brauche unbedingt wieder eine Steinlanz. Auch gemerkt, ohne Hammer. Erstmal muss ich wieder den Sound runterstellen. Wie können wir das ja ausmachen? Ich mach den mal auf 5. So, warte mal. Genau. Weil, äh, ja. Bei mir ist ja mittlerweile... Wobei, warum ist denn das? Achso, stimmt. Ich hab ja wieder ein bisschen was an meiner Grafikeinstellung getan und da hat sich irgendwie alles resettet. Warum auch immer? Ach nein! Ich weiß, warum sich alles resettet hat. Weil wir spielen nämlich jetzt in der Version 14.6, nicht mehr 14.5. Okay, das hat was resettet? Äh, das hat bei mir die Soundeinstellung anscheinend resettet. Nicht gut. Deswegen hab ich, ähm, das jetzt nochmal schnell umgestellt. Wollte ich jetzt nochmal oben machen? Irgendwas wollte ich machen oben. Ja, vielleicht die Mauer, die Wand nochmal zumachen. Ich mach das hier unten nochmal zu. Bevor die Zombies kommen. Kommen? Bevor sie kommen, meint ich. Nicht gesagt. Bevor sie kommen. Ähm, was haben wir hier? Lump of Coal. Clay hab ich schon drin. So, alter Schwede. Fuck. Boah, ich hab Durst. Äh. Gott. Darum gucken, ob ich was zu trinken hab. Ah, Mann. Ich muss mir mal den Tisch entfernen. Ah, kack, wir haben ja nicht was zu trinken. Ich glaub, wir haben generell super wenig Vorräte. Also. Ja. Ja, ähm, hast du schon mal jetzt in der neuen Alpha Version gespielt, Neva? Nö, nö, gar nicht. Ähm, das was auf jeden Fall neu ist, das kann ich dir jetzt schon sagen, ist, ähm, wenn man die Zombies ausraubt, dann sind die sofort halt in Einzelteile zerlegt. Okay, ja, das ist praktisch oder nicht, ich weiß es nicht. Also ich find's eigentlich ganz praktisch, weil sonst haben wir ja immer noch ewig auf die draufhauen müssen, bis die sich dann irgendwann in Einzelteile zerlegt haben. Ähm. Ähm. Also der Plan ist, wenn die Nacht um ist, äh, ganz viel Stein und, äh, Lehm zu holen, dass wir eine Steinmauer um unser Haus bauen können. Jo, das war auf jeden Fall nicht verkehrt. Neh mal zu, dann sehen sie uns nicht. So, dann haben wir hier unten erstmal die Löcher wieder behoben. Ja, aber oben ist komplett offen, die können einfach reinmarschieren, gell? Oh fuck, Alter. Alter, ich hab noch ein paar Wunden, ich baue mal noch ein paar Wunden vor allem. Damit wir hier wenigstens noch... Oh fuck, Alter. Ich spiel's auch bei mir zu dunkel, dadurch, dass sich alles zurückgestellt hat. Sehe ich kaum mehr, was? Alles zurückgestellt. Naja, wobei, ne, die, die Gamma-Einstellung, die hat sich, glaub ich, zurückgestellt, weil ich generell an der Grafik wieder ein bisschen... Scheiße. Ich hör Zombies. Schnell alles zumachen. Ja, zack, 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 zack. Aber zack, komm und schnell, schnell, schnell. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm, dass man jetzt nicht, ähm... Nix sieht. So krass viel sieht. Wir müssen unbedingt mal ein paar Fackeln stellen, Alter, weil ich seh gar nichts mehr. Bei mir ist komplett dunkel. Mir geht's, äh... Weiß ich, auf was hast du deine Gamma? Hast du die auch auf 100? Gamma, 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 75, oder? 75 sogar, das heißt, bei dir müsste es ja noch dunkler sein als bei mir. Verdammt. Abgestürzt. Was? Das Spiel? Ja. Darf die Gamma einstellen nicht ändern. Äh... Fuck. Soll ich, äh, kurz... Ne, ne, mach weiter. Okay. Sonst. Oh Gott, Alter, hier ist ja auch alles zu. Darf nichts ändern an den scheiß Einstellungen, während man im Game ist, ne? Ja. Äh, ja, ich glaub aber, das liegt, äh, an DxTory. Ja. Ne, ne, das liegt am Spiel selber. Ich hab's auch schon ohne probiert. Echt? Ja. Oh fuck, ich hab kein Holz mehr. Ich hab kein Holz mehr. Ist hier noch Holz drin? Nein, hier ist die Pistole drin. Oh. Oh fuck. So, wir müssen jetzt irgendwie die Nacht überleben, weil ich brauch Holz, Alter. Die Datei hat's gespeichert. Ich brauch unbedingt Holz und da ist noch ein ganz offenes Loch. Fuck. So, hab ich überhaupt Pfeile? Wie viele Pfeile hab ich? Neun. Aber ich kann auch keine Pfeile machen, weil ich hab kein Holz mehr. Ich hab gar... Oh ja, aber jetzt, ganz wichtig, ne? Bevor ich wieder sterben sollte und wieder irgendwo im Nirvana lande, äh, stell ich hier erstmal meine Bedroll auf. Weil darauf hab ich echt keinen Bock mehr. Hm, wie schlafen wir mal? Wir schlafen mal so. Na los. Platz hier. Hallo. Achso, okay. Ja, so querbeet mitten im Raum. Ist halt... Passt halt. Mal gucken, was so draußen abgeht. Die Nacht scheint ziemlich ruhig zu sein im Gegensatz zur letzten Nacht. Und ja. Kommst du jetzt auch irgendwie wieder rein, oder? Es lädt, ja klar. Es lädt halt im Arsch lang. Achso. Okay, gut. Doch mit der neuen Grafikkarte hat sich das dann, ne? Weil ich glaub, das liegt am Spiel, wie lang es lädt. Ja, ja klar. Boah, ich freu mich so auf die neuen NVIDIA-Karten. Mhm. Wolltest du dir dann gleich eine neue, oder? Relativ früh, würde ich sagen. Ich guck mir ein paar Tests an. Guck, wie das Modell raussticht. Und dann schnapp ich mir das eins der besseren halt. Hm. Ich hab auch gemacht bei der 970. Ich hab mir die EVGA geschnappt. Ich glaub, die zweitbeste 970, die es gab. Naja, ich mit meiner 960 hab jetzt erst mal. Ja, die für Full HD ist ja auch gut. Aber ich würd halt auch gerne jedes Spiel in 1044 spielen können und aufnehmen können. Weil es halt eben... Macht halt einen schärfer Vorteil, weißt? Ja, klar. Aber... Selbst wenn es nur Full HD am Ende ist, ist es trotzdem ingame schärfer. Mehr gibt mein Budget mir gerade nicht her. Und ich kann jetzt nicht noch mal eine neue Grafikkarte holen. Ich will zur Gamescom und dafür brauch ich Geld. Soll ich try'n? Okay. Oh, ich glaub einer hat wohl bei der letzten Klo-Party doch ins Klo geschissen. Gehauen. Da liegen zwei Häufschen drin. Im Klo? Ja. Jetzt? Ich hab die doch rausgenommen. Ne, ich glaub... Ich glaub, ich hab mich dann wohl doch zu sehr erschrocken. Okay, so. So. Also entweder... Ich hab die Datei gerettet. Oder... Das... Sie ist kaputt und das fängt bei mir das, wie der ist jetzt dann. Also nochmal Halle... Halle und all die zugucken. Ja. Wir hatten gerade die Nacht überlebt. Und... sonst ist das Spiel abgekackt, weil ich was in den Gamma-Einstellungen verändert hab. Aber ja. Ach du Scheiße. Scheiße. Anscheinend war hier die Nacht vor doch sehr ruhig. Guck mal, das ist auch ein offenes Loch. Wo? Da. Ja, ich weiß. So, also ähm... Du besorgst Kabel oder Stein und ich bis... Du Stein, ich Klee. Naja, wir brauchen unbedingt Holz auch unter anderem, ne? Weil ich hab gar nichts mehr. Deswegen... Ach ja, genau. Hier, wo ich schon mal gebuddelt hab. Die nicht ne Metallschaufel haben? Ob ich ne Metallschaufel haben möchte? Nein, ich müsste eine haben, dachte ich. So. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich hack jetzt erstmal noch nen Baum ab. La la la. So. Oh. Mit der neuen, äh... Richtigen Axt, Alter, geht das auch so flink. Ja, ich guck mal nach, ob ich hab... Mal kurz gucken. Ja, die Stacheln... Ups, sind ein bisschen nah am Haus. Also ich würd sagen, wir bauen sozusagen die Steinmauer erstmal außen um die Stacheln. Dann müssen wir halt... Boah, ich weiß, oder... Ja, wobei, wir könnten sie wirklich... Ne, wir könnten eigentlich die Stacheln draußen lassen. Und die Mauer hier bauen. Muss ja nicht großflächig sein erstmal. Aber wir haben die Mauer oben. Hm. Hm. Ich muss jetzt mal gucken, weil ich brauche ich schon... Äh, ich soll also den Stein hacken, ja? Genau. So, da brauche ich so ne Stein hackdings da, Axt. Wie heißen die Dinger? Axt? Ne. Doch. Ne, die heißen ja dann... Ach, Pix-Axt, ne? Hier, die sind... Hier, Forged Iron. Pix... Ne, Steel... Ne, Iron Pix, ey. Okay, ich brauche fünf Forged Iron. Fünf Stück. Haben wir noch ein paar? Ja, war. Das Forged Iron? Ja. Ja. Ja, klar. Ich hoffe mal. Wir haben auf jeden Fall noch Metall drin. Ups, ne, falsch. Guck es mal, weil ich habe, glaube, meine... Ich habe meinen Schlafsack hier hingelegt. Der war irgendwie in meinem Inventar. Das sind jetzt vier. Meine. Jetzt sind es fünf. Sechs. Du wolltest vier haben, wa? Ja, ich brauche vier für die Schaufel. Ah, okay. Dann ist da jetzt noch vier drin. Ich mache mir... Ich brauche mir jetzt nochmal das hier. Also wenn... Oh, 40 Minuten. Äh, 40 Sekunden. Ich würde grad meinen, Alter! 40 Minuten! Ah, ha, ha, ha. Sprich mal... Da ist ein fettes Gebiet. Oh, hier sind ganz viele Steine. Sehr gut. Also ich bleib mal hier an der Ecke. Hacke ein bisschen Holz. Und ähm... Ein bisschen Stein, ne? Ja, Stein ist das Wichtigste. Also Stein baut sich relativ langsam ab. Also man kriegt relativ wenig Stein raus. Aber deshalb... Steinklopfen. Leben hat man viel. Wenn du Leben übrig hast, kannst du immer in den Ofen schmeißen. Braucht man für jeden Scheiß. Okay. Na, ich hacke jetzt noch schnell den Baum zu Ende. Und dann... Oh, ich brauche was zu trinken. Ich brauche was zu trinken. Wir brauchen... Ah, stimmt dich auch. Ähm... Nimmst du die... Ich hab noch zwei leere Glasflaschen, ne? Also ich... Wir bräuchten nur einen See. Ähm... Weißt du, wo der See ist? Der ist ja, ähm... Warte mal, ich guck mal auf die Map. Relativ nah Richtung... Nord-Nordwest. Achso, da, ja. Dann muss ich mal kurz hochfahren. Okay. Warte mal, warte mal. Ich geb dir auch noch meine Glasflaschen mit. Mhm. Aber warte mal, du bist wieder nicht getrackt. Ähm... Ah, stimmt. Der Zettel. Warte, mach ich auch mal schnell. Komm auf dich zu. Ja, da hatte der Baum fällt gleich um. Also pass auf, weil sie sich in welche Richtung er fällt. Ich hab's gesehen, der hat schon mal ein Zombie getötet. Der hatte, ich krieg dir meine Glasflaschen. Einmal hier. Und einmal hier. Hier. Okay, gut. 18 Stück. Ich brauch nämlich jetzt unbedingt was zu trinken, Alter. Ich hab nur noch... Oh, 25 Prozent. Fuck. So, die Schaufel dürfte jetzt fertig sein. So, warte mal, boah ich denn mal. Schick mal der Lehm raus. Kriegt man mehr und es geht schneller. Ein paar Pfeile. So, auf geht's. Das ist ganz cool, wenn wir hier Löcher ausheben, dann fallen die Zombies rein. Hm. Da sind drin noch Stacheln, dann ist das echt gut. Ja, das mach ich dann. Wenn die Mauer steht, hebe ich die ersten zwei Reihen Erde aus. Ja. Und mach Stacheln rein. Und zwar die fetten Stacheln, die dicken. Weil die dicken kann man, wenn man genug Metall hat, kann man aus Metall machen dann. Wer ist ein Zombie? Dann noch aus Eisen und irgendwann aus Stacheln. Oh, Krankenschwester-Zombie. Ist jetzt tot? Ja. Oh, One-Shot. Da siehst du, wenn ich jetzt... Okay, du siehst das jetzt nicht, aber die Zuschauer sehen das. Ich hab den ausgenommen und dann ist er gleich ein Einzelteil zerlegt. Also wie genau? Liegt da das Skelett oder liegt da nur eine verwirrste Leiche dann? Na, das ist halt, wenn du das erste Mal halt die Zombies kaputt machst, weißt du? Die liegen ja dann normalerweise als Leiche und dann halt als Skelett oder was das sein soll. Ah, okay. Bin mir nicht sicher, ob die dann andere Zombies anlocken. Alter, wie fällst du denn aus? Oh, jetzt bist du tot. Gib mir irgendwas. Uh, ne Brille. Oh, nice. Alter, hier sind ja nochmal Zombies. Ach, wenn du Honig findest, bitte gib mir Honig. Ja, ich bin auch infiziert. Ah, du auch. Ja, dann nimmst du für dich selber. Das ist ja... Oh, da ist wieder ein Bär vorm Haus. Also... Sag mal so, äh... Ding haben wir dann genug, äh, Fell, wenn wir den Blatt kriegen. Und wenn nicht, dann... Nein, nicht stimm. Fuck, ich bin schon wieder tot. Ja, oder? Ah, ich hasse es, Alter. Ich hasse es. Okay, gut, aber zum Glück habe ich meine Bedrohle im Haus und ich weiß noch, wo ich hin muss. Natürlich jetzt schade um die Leben. Äh... Spawn on my bed. Ja. Okay, gut, und jetzt, äh, aber Flotti Karotti. Flotti, ich brauch dich für den Stein. Ja, ich renne ja schon. Genau. Was läuft da rum? Da war ein Bär in die Richtung, ne, wenn du da rundenlang läufst. Ja, ich seh's. Bruno der Bär. Äh... Bärkules. Mann, Alter, jetzt hab ich schon wieder was verloren, Alter. War hier nichts was? Ne, hier war nichts. Okay. Mal gucken, irgendwie kann ich doch bestimmt mein Mining Skill oder so. Meiner hier, für 10 Punkte, 20% mehr Block Damage. Ja. Okay, ähm... Okay, ne, hier muss irgendwo mein Rucksack sein. Ach, zwei Minuten dauert es jetzt. Hier ist mein Rucksack. Okay. Äh, erstmal hier anziehen, ne? Mein Top. Hallo Top. Genau. Äh, meine Schuhe anziehen. Meine Brille anziehen. Meine Hose anziehen. Meine Dings hier anziehen. Na, wo kommen die hin? Ne, sind die auch schon. Ah, die können wir noch gebrauchen. Brauch ich nicht, aber ich brauche meinen Hut. Das brauche ich... Ja, lass uns noch kurz gucken. Irgendwo hier war ne Tür. Ja. Karten ist noch drin. Federn sind noch drin. Das kommt hier rein. 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 Die kommen hier rein. Die kann ich noch anziehen. Zombie? Boah! Ach, Leute, so ein Krieg-Zombie, Alter. Fick dich. Ah, da hinten ist Wasser. Ich sehe das. Und da ist ein Reh. Mann. So, Wasser, Wasser, Wasser. Habe ich jetzt endlich auch alles mitgenommen, was ich... Holz ist genug da. Was zu essen ist da. Alter, wie viele Flaschen hast du mir denn gegeben? 18 Stück. Nice. Genug zum Kochen haben. Der Bär ist mir viel zu nah da unten. So, muss ich erstmal alle hier füllen. Er hält uns die Zombies wenigstens vom Leib. Da ist schon wieder so ein Kack-Zombie, Alter. So. Hier noch so ein Metallstein. Da ist einer. Oh, verdammt, was soll ich jetzt... Irgendwie, die kommt... Ich habe die Konsole geöffnet, irgendwie. Ach, siehst du, ich wollte noch mein Dings eigentlich einstellen. Die Temperaturanzeige ändern. Ach, ist die wieder auf... Ja, die ist bei mir doch immer noch auf Fahrenheit. Die habe ich dann noch nicht umgestellt bis dato. Okay. Der Set Temp Unit Leerzeichen C. Unterstrich C oder zusammengeschrieben C. Eine von den drei. Oh, Level up. So, Level, 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 Level up. Und zwar... Soll ich mal gucken. Wo ist denn hier? Oh, 16 Punkte habe ich. Weißt du, weil wir... Ich lerne das Kamel, damit ich weniger trinken muss. Next Level. Wie kann ich... Also ich habe es einmal weniger essen und einmal weniger trinken. Erleichtert uns das Überleben. Ich würde ganz... Ach, hier, bei. Ah, okay. Jetzt habe ich noch sechs Punkte übrig. Ich habe der Survivor jetzt einmal gemacht. Und mal gucken, was kann ich noch machen demnächst.